Schön euch zu sehen. Ja, manche Geschwister, die ich schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen habe. Ja, wir merken, dass die Sehnsucht auf jeden Fall da ist. Viele Geschwister melden sich an zu den Veranstaltungen. Am Mittwoch, wie gesagt, ist auch schon sehr voll alles. Wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt vielleicht durch die neuen Verordnungen, die ab Montag gelten, die aber heute erst rauskommen, wo wir noch nicht ganz genau wissen, wie sie jetzt aussehen werden im Einzelnen und was das für uns, für unsere Veranstaltung hier in der Gemeinde bedeutet. Ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass vielleicht die Möglichkeit ist, dass wir ja noch ein bisschen aufstocken können, die Anzahl der Sitzplätze hier, sodass wir Mittwochabend vielleicht schon noch mehr Leute reinlassen können. Deswegen meldet euch ruhig an, auch wenn die Veranstaltungen voll sind. Lasst euch auf die Warteliste setzen und dann kann es vielleicht sein, dass wir noch mal die Sitzplatzzahl erhöhen und ihr dann auch mit teilnehmen könnt. Wir können leider keine Übertragung machen am Mittwoch aus verschiedenen Gründen. Gut, wir gehen ins Wort rein. Was gibt null Sinn, Jonathan? Dass hier ein paar Sitzplätze frei sind noch. Ja, Jonathan. Das liegt an verschiedenen Problemen. Manchmal melden Leute sich an und kommen dann einfach nicht. Das ist leider nicht so schön. Also wenn ihr euch anmeldet, dann kommt auch. Genau. Gut. So, aber das können wir nachher noch mal klären, Jonathan. Jetzt wollen wir ins Wort reingehen und zwar Sprüche 22 haben wir vor zwei Wochen gelesen und ich hatte angekündigt, dass wir da noch mal weitermachen. Es ist Sprüche 22, Vers 14. Und wir haben, ja es sind ja auch einige Kinder heute hier mit dabei und wir erinnern uns daran, dass Salomo hier ein Buch verfasst zur Lehre, zur Unterweisung seines Sohnes, seiner Kinder. Und so ist das eigentlich ein Erziehungsbuch, ein Buch, was zur Lehre auch von Kindern und Jugendlichen dient. Und wenn dieses Thema, was hier jetzt steht, was wir als Eltern manchmal auch sehr gerne umschiffen, weil es uns peinlich ist oder weil es einfach in bestimmte Tabubereiche hineingeht, wo wir nicht gerne darüber sprechen, wo wir einen roten Kopf kriegen, wo wir anfangen irgendwie, ja keine Ahnung. Ich denke, dass es gut ist, dass wir mit unseren Kindern so über diese Dinge reden, weil sie so zentral und so wichtig sind. So, dass wir so mit unseren Kindern darüber reden, wie Gott auch hier uns das nahelegt in dem Buch der Sprüche. Also es wird hier von einer tiefen Grube gesprochen, in die man hineinfallen kann und Aufgabe von uns Eltern ist es, unsere Kinder zu warnen, dass sie nicht in eine tiefe Grube hineinfallen. Wenn wir das nicht machen, dann kann es gut sein, dass sie hineinfallen, weil sie der Gefahr, Jonathan, erst mal zuhören, das kannst du für dich behalten erst mal, kann es sein, dass sie hineinfallen. Gerade weil unsere Kinder denken, dass sie alles wissen und alles können, gerade wenn sie ins Jugendalter kommen, denken sie, sie können alles, sie brauchen unsere Hilfe nicht. Und genau da fallen sie hinein in der Selbstüberschätzung. Denn wir sind schon so oft gefallen, wir Erwachsenen. Und wir fallen immer noch so oft. Und deswegen brauchen unsere Kinder auch diese Zurechtweisung, diese Hilfe, diese Erziehung dazu, damit sie nicht in eine tiefe Grube, und wenn man in eine tiefe Grube fällt, dann kommt man da nicht so einfach wieder raus. Hier steht, wem der Herr zürnt, der fällt hinein. Das, was dahinter steht, ist der Gedanke, wenn jemand in die Sünde hineingeht, sich nicht darum kümmert, was Gott einen lehrt und zeigt, dann sagt Gott irgendwann, okay, dann lasse ich dich. Dann geh. Dann tu das, was du in deinem sündigen Herzen dir vorgenommen hast. Und dann musst du aber auch die Konsequenzen tragen. Und das ist der Zorn Gottes, wie Paulus ihn in Römer 1 beschreibt. Er sagt einfach, der Zorn Gottes ist ausgegossen über die Menschen. Er lässt sie einfach, überlässt sie der Herrschaft der Sünde. Und so machen sie alle möglichen schlimmen Dinge und schaden sich selbst und anderen und zerstören sich selbst. Sie bereiten sich selbst die Hölle auf Erden. Okay, gut, dann lasse ich euch. Das ist der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes besteht gar nicht, dass Gott mit seiner Hand uns schlägt und kaputt macht. Nein, er lässt uns einfach laufen. Wir machen das schon selber sehr gut. Das meint Salomo hier. Wenn du ein Mensch bist, der den Zorn Gottes auf sich hat, dann lässt Gott es auch zu, dass du in diese Grube, in diese tiefe Grube hineinfällst. Aber wisst ihr was? Gott möchte nicht, dass der Zorn Gottes auf uns bleibt. Er möchte auch nicht, dass der Zorn Gottes über unsere Kinder kommt. Sondern er möchte uns seine Gnade zeigen. Dafür ist Jesus gekommen, um uns zu retten aus dem Zorn Gottes. Dass wir nicht unter dem Zorn stehen. Dass wir nicht in alle möglichen Sünden hineinlaufen und dann in einer tiefen Grube drin hängen und die Konsequenzen unserer Sünde tragen müssen. Das möchte Gott nicht. Gott möchte uns da herausretten, dass wir nicht mehr Kinder des Zorns sind, sondern seine geliebten Kinder. Dafür hat er Jesus gesandt. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, dann wirst du nicht in diese tiefe Grube tappen, weil du nämlich dieses Wort ernst nimmst. Denn das ist das Wort nicht einfach nur Salomos, sondern das ist das Wort Gottes, was uns gesandt ist, um uns zu bewahren davor, in tiefe Gruben hineinzufallen. Worum geht es jetzt in dieser tiefen Grube, von der Salomo spricht? Es geht um den Mund von fremden Frauen. Es ist der Mund einer Frau oder von Frauen, die ihren Mund öffnen zu einem Kuss. Voller Sehnsucht, voller Verlangen, voller Begierde, mit einem Mann eins zu werden. Jonathan, pssst. Es geht nicht nur um, es geht darum, dass eine Frau Begehren hat, eins zu werden. Und das ist am Anfang, hat Gott das gut gemacht. Es war etwas Gutes. Das Begehren, mit einem anderen Menschen eins zu werden, ist sozusagen schöpfungsgemäß. Diese Sehnsucht danach, ein Fleisch zu werden, das ist ja das, was Gott am Anfang geschaffen hat. Er hat gesehen, der Mensch ist alleine. Das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. Was hat er gemacht? Er hat diesem einen Mann eine Frau geschaffen. und er führte die Frau zum Mann. Er hat sie zusammengefügt und Adam war begeistert. Ja, das ist Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Sie soll so heißen wie ich. Und Gott sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, um seiner Frau anzuhaften, um ihr anzuhängen, sodass sie ein Fleisch werden. Und dann sprach Gott, das ist sehr gut. Also diese Sehnsucht ist was sehr Gutes. Dieses Begehren ist etwas sehr Gutes. Wir hatten es vor kurzem, jetzt auch mittwochs, vor anderthalb Wochen, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Das Begehren an sich, eins zu werden, mit einem anderen Menschen, ist etwas Gutes. Aber hier ist es eine Warnung, vor diesem Begehren, was ausgeht, was in mir vielleicht Begehren wachruft. Warum? Weil es fremde Frauen sind. Und wir haben uns vor zwei Wochen damit befasst und haben gesehen, das Erste und Wichtigste ist, die Fremdheit besteht darin, dass dieser andere Mensch einem anderen Gott gehört, einem anderen Gott nachfolgt. deswegen fremd. Deswegen sagt Paulus, geh nicht unter dem fremden Joch. Das ist ein Mensch, der unter einem anderen Joch geht, als ich. Deswegen, mach dich nicht eins, verbinde dich nicht, werde nicht eins mit einem solchen Menschen, weil ihr dann unter einem Joch seid, aber in verschiedene Richtungen geht. das funktioniert nicht. Mach es nicht. Heute ist nun Teil zwei. Die fremde Frau, es ist nicht nur die Frau oder der Mann, der einem fremden Gott folgt, einem anderen Gott folgt, nicht dem wahren, lebendigen Gott gehört, sondern es ist auch einfach nicht die eigene Frau. Dafür lasst uns mal in 1. Korinther 7 gehen. 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Da geht es, Paulus, um die Fragen zur Ehe. Wichtig ist, dass wir, oder wir lesen manchmal Kapitel im Einzelnen, wir lesen manchmal auch Verse ohne den Zusammenhang. Wir sollten aber Gottes Gedanken in ihrem Zusammenhang sehen und auch verstehen. Und so sehen wir, dass Kapitel 7 zusammengehört mit Kapitel 6. Dort geht es um das Thema Unzucht. Wir kommen noch zu diesem Begriff. Da stehen aber wichtige Grundlagen für das, was jetzt in Bezug auf Ehe gesagt wird. Und da sagt Paulus, mit dem Leib, mit unserer Leiblichkeit, mit unserer Sexualität, mit unserem Wunsch nach Zärtlichkeit und Intimität und intimer Gemeinschaft, ja, nach dem Einswerden mit einem anderen Menschen, mit dieser Leiblichkeit, ist es anders, als mit unserem Wunsch, Nahrung zu uns zu nehmen. Wir können essen, was wir wollen. Der Fruchtgarten ist sozusagen reich, der Tisch ist reich gedeckt, du darfst das alles genießen. Danke Gott, alles rein damit. Aber mit der Leiblichkeit ist es anders. Gott hat uns unsere Leiblichkeit gegeben, nicht damit wir damit völlig zügellos umgehen. Und dann sagt er in Vers 17 von Kapitel 6, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das ist sozusagen dieser erste Punkt. Wenn du ein Jünger Jesu geworden bist, ein Kind Gottes, weil du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, dann ist eine Verbindung entstanden, die größer ist, als einfach nur, dass du jetzt einer Religion angehörst, dass du irgendwie Mitglied in einer Kirche bist. Nein, der Heilige Geist ist in dich gekommen. Jesus lebt in dir und du lebst in Christus. Ihr seid ein Geist geworden. Das spricht in dieser Terminologie, in diesen Worten, wie sie auch zwischen Ehepartnern benutzt wird. Ihr seid eins. Ihr gehört zusammen und nichts kann euch trennen. Und dann sagt er, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündig gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. was sagt Gott hier durch Paulus zu uns? Er sagt etwas, was entgegensteht dem, was wir ständig hören in den Medien, was in den Schulen gelehrt wird. Das, was um uns herum, in der Welt um uns herum gelehrt wird, ist etwas anderes, als das, was Gott uns lehrt. Das müssen wir einfach begreifen. Das steht einander gegenüber. Es gibt Dinge, die übereinstimmen. Ja, das Anliegen der Pädagogen, derjenigen, die uns etwas weitergeben, ist Freiheit. Freiheit von Zwang, Freiheit von Fremdbestimmung. Ja, das Anliegen hat Gott auch. Aber die Menschen, die ohne Gott leben, sie sehen die Freiheit nur darin erfüllt, dass wir frei sind von jeglicher Fremdbestimmung und das in allem wir selbst bestimmen. Sie machen dadurch die Menschen zu kleinen Göttern. Jeder soll sein eigener kleiner Gott sein. Und Gott sagt, das ist nicht so. Das ist ein Irrglaube. Das ist falsch. Genau das wollte der Satan. Er hat gesagt, wenn du von dieser Frucht bist, ist es nicht so, dass du dich von Gott entfernst und dadurch dein Leben verlierst und in die Verdammnis gerätst, in die Gottferne, in die Lieblosigkeit, in die Zerstörung, Sondern in Wirklichkeit gewinnst du deine Freiheit und du wirst sein wie Gott. Das ist die Verführung des Satans von Anfang an. Ja, werde doch dein eigener kleiner Gott. Und Gott sagt, das funktioniert nicht. Ich bin dein Schöpfer. Ich habe dir Leben gegeben. Ich werde dich mir ähnlich machen. ich in der Gemeinschaft mit mir, in der Liebesgemeinschaft, im Vertrauen, in der Treue, in der gegenseitigen Hingabe, wirst du wachsen zu etwas, was mir ähnlich ist. Aber nicht, wenn du dich von mir löst. Wisst ihr, und das bezieht sich auch auf unsere Leiblichkeit, auf die Art und Weise, wie wir mit unserer Sexualität umgehen. Wenn wir sagen, mein Leib gehört mir, ich mache damit, was ich will. Wenn Frauen sagen, mein Bauch gehört mir. Wenn Männer sagen, ich nehme mir, was ich will. In Pornografie, in Selbstbefriedigung, ich befriedige mich selber. Mein Körper gehört mir, ich mache damit, was ich damit will. Gott sagt etwas anderes. Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin ein Geist mit dem Herrn geworden. Der Herr wohnt in mir. Ich bin sein Tempel. Ich gehöre nicht mir selbst. Unzucht ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was hier die Herrschaft Christi in meinem Leib, in meiner Leiblichkeit bedeutet. Ich bewege mich außerhalb dessen, was Gott für mich hat. Meine Leiblichkeit, meine Sexualität hat Gott mir zu einem bestimmten Zweck gegeben, in einem bestimmten Rahmen. Wisst ihr, in unserer Küche gibt es eine Schublade, da sind Messer drin. Diese Messer wurden angefertigt zu einem bestimmten Zweck, nämlich um in der Küche Gemüse zu schneiden zum Beispiel. Wenn ich dieses Messer aber nehme und einem anderen Menschen in die Brust ramme, dann ist dieses Werkzeug falsch benutzt. Dafür wurde es nicht gemacht. Unsere Leiblichkeit, unsere Sexualität ist nicht gemacht dafür, sie einfach für alles zu verwenden, wozu wir gerade lustig sind, wozu unsere falschen Begierden und unsere sündhaftes Begehren uns leitet, sondern Gott möchte darüber Herr sein. Weil seine Herrschaft gut ist, weil das die Art und Weise ist, wie Gott sich das gedacht hat, als er uns geschaffen hat, in unserer Leiblichkeit, auch in unserer Bezogensein auf einen anderen Menschen. Er sagt, ihr gehört euch nicht selbst. Wem gehören wir denn? Vers 20, ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wir gehören Gott. Er hat uns geschaffen und er hat uns um einen Preis erkauft. Wir waren nämlich verkauft unter die Herrschaft der Sünde. Wir waren Sklaven. Obwohl wir dachten, wir sind unsere eigenen Götter, waren wir Sklaven der Sünde. alle Begierden und Leidenschaften ausgeliefert, getrieben von unseren Gefühlen, von unseren Sehnsüchten und dann gebunden in viele verschiedene Gebundenheiten hinein. Aber Gott hat uns rausgekauft, freigekauft, dass wir ihm gehören, dass wir sein Tempel sind, dass wir mit unserem Leben, mit unserem Leib auch Gott verherrlichen. Jetzt lesen wir weiter in Kapitel 7. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Worum geht es hier bei Paulus? Es geht darum, dass die Gemeinde in Korinth, er war ja nicht dort selber, er war in Ephesus weitergezogen, um die nächste Gemeinde zu gründen, aber er hatte seinen Kontakt zu den Geschwistern, seinen Briefkontakt. Und die Geschwister hatten Fragen zur Lebensführung. Sie waren von Gott erlöst, sie waren Kinder Gottes, aber sie wollten Gott verherrlichen, sie wollten das tun, was Gott, was Paulus hier sagt, ja wir gehören ja nicht mehr uns jetzt, wir wollen gerne Gott verherrlichen, wie machen wir das, Gott? Wie machen wir das, Paulus? Lehre du uns das, zeige uns das, wie geht das? Und dann haben sie ganz konkrete ihnen dann geantwortet. Gott gibt uns ganz viel Antworten auf unsere ganz konkreten Lebensfragen. Wenn du wissen willst, wie du Gott verherrlichen kannst, wie du seinen Willen tun kannst, dann gibt Gott dir ganz viele Antworten. Du brauchst einfach nur nachlesen, nachschlagen hier. Und wenn es zu schwer für dich ist, wenn du dich nicht so gut auskennst, wenn du nicht so einen richtigen Zugang findest, Gott hat auch Geschwister in die Gemeinde gegeben, Lehrer, Pastoren, Leiter, die dir das Wort Gottes weitergeben können, die dir helfen können, Antworten aus dem Wort Gottes auf deine Fragen zu finden. Also wenn du Fragen hast, sei mutig, stell diese Fragen. Auch ihr Kinder, stellt eure Eltern alle Fragen. Und wenn die dann nicht antworten können, dann können die auch Fragen stellen an ihre Geschwister hier in der Gemeinde. Oft leben wir so gedeckelt, so sind wir so ein schlechtes Zeugnis, weil wir erstens nicht danach fragen, was will Gott eigentlich, was verherrlicht Gott. zweitens wenn wir diese Fragen haben, stellen wir sie nicht. Wir suchen nicht an der richtigen Stelle nach Antworten. Zuerst im Wort Gottes, dann in der Gemeinde, in der du hineingestellt bist. Nicht gleich bei jeder Frage in Buchladen rennen und den Buchhändlerin fragen, ob sie nicht einen Ratgeber in Fragen von Aufklärung und Sexualität hat. Also, die Geschwister fragen Paulus, ist es gut, überhaupt gar keine Sexualität auszuleben? Er sagt, ja, und das ist interessant, weil Gott am Anfang doch gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Es ist gar nicht gut, ich will ihm eine Hilfe. Und dann, als sie da waren, zusammen nackt, und er sie zusammen gefügt hat und gesagt hat, ja, das ist sehr gut. Die zwei, ein Fleisch, in der Liebe verbunden, geistlich, seelisch, leiblich, eine Einheit, in Treue verbunden, das spiegelt meine Liebe wieder, das ist sehr gut. Warum sagt Paulus jetzt, nö, das ist nicht sehr gut, alleine sein ist gut, weil er vorher gesagt hat, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wisst ihr, derjenige, der, so wie Paulus, die Gabe der Ehelosigkeit hat, und als Single lebt, das ist kein armes Schweinchen, kein armes Würstchen, der keinen abgekriegt hat, sondern der ist glücklich und zufrieden, der hat auch seine Kämpfe manchmal mit Einsamkeit, aber der hat im Herrn diese Gabe, diese Freude, diesen Frieden, der hat diese Liebe so tief in sich, dass er weiß, wisst ihr, und das wissen auch alle verheirateten hier, so viel, so gut es auch ist, dass ich meine Frau habe, so dankbar ich dafür bin, so sehr ich das auch genieße, aber das, was mir der Herr geben kann, das kann meine Frau mir nicht geben. Und es gibt diese Geschwister und das ist gut. Und Paulus sagt es auch, dann später, Vers 7 sagt er, ich wünsche aber alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so, er hat es als Gnadengabe beschrieben, hat gesagt, ich kann als Single leben, ich kann mich enthalten, ich habe nicht dieses tiefe Verlangen mit einer Frau eins zu werden, ich kann mich davon zurückhalten. Ich habe genug in meinem Herrn und das macht mich frei und gerade in der Zeit, er schreibt dann von der besonderen Zeit, in der sie leben, in einer Zeit der Bedrängnis, der Verfolgung, der Christenverfolgung. Ich habe letztens diesen Film gesehen, die Weiße Rose, die letzten Tage von Sophie Scholl. Und Sophie und Hans Scholl, sie waren ungebunden, sie waren nicht verheiratet, sie hatten keine Kinder. Deswegen konnten sie mutig auftreten und hatten keine Angst, ihr Leben zu verlieren. Aber um ihren Genossen, Christoph Papst, die ist glaube ich, oder Probst, ich weiß nicht, Christoph Probst, ich bringe das mal durcheinander, Christoph Probst, die ist der war verheiratet, junger Student, Medizinstudent, war verheiratet, hatte schon zwei oder drei kleine Kinder. Ja, und der hatte es unheimlich schwer, er hat dann darauf plädiert, dass er psychisch krank ist und so weiter. Und sie haben versucht, alle Schuld auf sich zu nehmen, um ihn zu entlasten, aber am Ende wurde er auch hingerichtet. Für ihn war es viel schwerer, weil er die Verantwortung Position hatte als Ehemann und Vater. Das meint Paulus, wenn er sagt, es ist besser, Single zu bleiben in dieser Zeit. Aber Geschwister, es ist auch gut, sagt er, verheiratet zu sein. Und das sagt er in Vers 2, wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Also, nicht mit einer fremden Frau. Nicht das sexuelle Begehren ausleben mit einem fremden Partner, sondern mit dem eigenen Partner. dafür hat Gott die Ehe geschaffen, dass ich das, was in mir ist, diese Sehnsucht und das Verlangen, eins zu werden mit einem anderen Menschen, dass ich das auslebe in der Ehe. Dafür ist die Ehe gemacht. Dafür hat Gott die Ehe geschaffen am Anfang. Und zwar dieses Treuebündnis, auf dessen Grundlage wir all das ausleben dürfen, all das genießen dürfen, was Gott an Zärtlichkeit, an Lust, an Freude in der körperlichen Zuwendung geschenkt hat. Jeder habe seine eigene Frau. Was macht denn eine Frau zu meiner Frau? Wann kann ich mich denn hinstellen und sagen, ja, guck mal, das ist Söster, das ist meine Frau. Und sie sagt, ja, das ist Jörg, das ist mein Mann. Vers 9. Paulus sagt, wenn sich aber ein Mensch nicht enthalten kann, wenn sich die Geschwister nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Dadurch wird ein Mann zu der Frau einer Frau, äh, zu ich werde durcheinander, dadurch wird eine Frau, die Frau eines Mannes, dadurch, dass er sie heiratet, dadurch wird ein Mann der Mann einer Frau, dadurch, dass sie ihn heiratet. Dass sie heiraten, macht sie zu Mann und Frau. Lass uns Jesus dazu hören, Matthäus 19. Oh, die Zeit. Gut, kurz und knapp. Matthäus 19, Vers 4. Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Er geht zurück auf die Schöpfungsgeschichte, wenn er über die Ehe lehrt und sagt, alles, was diese Verbindung zwischen Menschen, dieses Einswerden betrifft, hat Gott am Anfang so gemacht, dass er einen Mann schuf und eine Frau. Okay, heute ist das ein bisschen anders, wir haben uns ja weiterentwickelt und Gott ist ja auch jetzt nicht so rückständig, er ist ja auch progressiv. Nein. Jesus hat es gesagt, unser Herr Jesus Christus hat gesagt, Gott hat es so, und wenn er auf den Anfang zurückgeht, auf die Schöpfung, wo noch kein Sündenfall war, da sagt er, so ist es gemeint von Gott. Das hat Gott im Sinn, das ist unser Ziel, so sollen und so wollen wir Menschen leben. Warum? Weil es so ist, wie Gott in seiner Weisheit das eingerichtet hat ursprünglich. Das heißt nicht, dass es das alles nicht gibt. Es gibt das alles, das ist Folge des Sündenfalles, das sündhafte sexuelle Begehren ist so vielfältig, dass die ganzen Geschlechtsforscher, Geschlechterforscher, Genderforscher von 3000 verschiedenen Geschlechtern reden und das ist alles Ausdruck von dem, was in uns Menschen ist, die Vielfalt des sexuellen Begehrens ist so divers, aber Jesus sagt, am Anfang Gott hat es so gedacht, das Wahre, das Echte, das, was Gott sich gedacht hat, worin sich die Liebe erfüllt ist zwischen einem Mann und einer Frau und er sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, erst Vater und Mutter verlassen, auf eigenen Beiden stehen, Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen, damit ich dann auch Verantwortung für das Leben eines anderen übernehmen kann. Dann zusammenhaften, das ist der Tag, wo Gott zusammenfügt, damit sie ein Fleisch werden, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Hier stecken so viele Dinge drin. Gott fügt zusammen und es ist ein Treuebündnis, was nicht mehr auseinandergerissen werden soll. Wisst ihr, die Sexualität ist so ein wunderbares Geschenk. Es bindet uns tatsächlich an einen Menschen, wenn wir mit ihm intim werden, wenn wir mit ihm schlafen, wenn wir ihn erkennen, wie die Bibel sagt. Und Gott möchte, dass diese Bindung etwas ist, was unser Leben hindurch bleibt, weil es das widerspiegelt, seine Bindung an uns, wir sind mit ihm ein Geist für immer und ewig. Was Gott zusammengefügt hat, was hat denn Gott zusammengefügt? Wir können gerne darüber streiten und wie gesagt, wie vorhin gesagt, ihr könnt mir schreiben, ihr könnt mit mir reden, ihr könnt mich anrufen, wir können darüber diskutieren, auch vom Wort Gottes. Aber ich sage es jetzt nur ganz kurz, weil wir ganz kurz nur Zeit haben. Was Gott zusammengefügt hat, heißt heiraten. Heißt nach dem, was in diesem Land auch als Ehe gilt. Wir haben ein christlich geprägtes Land, wo die Ehe institutionalisiert ist. Und damit du aufrichtig sagen kannst, das ist mein Mann, das ist deine Frau, musst du es auch auf deiner Steuererklärung machen. Du bist nicht ledig, du bist verheiratet. Wann bist du verheiratet? Wenn du am Standesamt die Unterschrift gegeben hast. Wann bist du von Gott zusammengefügt? Wenn du in seiner Familie, vor seiner Familie, in Gegenwart seiner Familie, in Gegenwart deines Vaters im Himmel, den Segen deines Vaters für deine Ehe empfangen hast. Das kann im kleinen Rahmen sein, das kann im großen Rahmen sein, da gibt es keine großen Vorgaben, aber das sind die Dinge und dort in diesem Schutzraum der Ehe, sagt Gott, da können sich Erotik, Sexualität frei entfalten unter seiner Herrschaft. Darin kannst du Gott verherrlichen, indem du deinem Ehepartner Dienst ihm Freude bereitest mit dem Körper, den Gott dir gegeben hat. Alles andere ist eine tiefe Grube vor der Gott uns alle warnt. Warten lohnt sich, das ist das Erste. Gott folgen, Gott treu sein und dann in ein solches treue Bündnis hineingehen, und sich reinhalten davor. Es lohnt sich. Was tun, wenn ich versagt habe, wenn ich mich verunreinigt habe, wenn ich gesündigt habe, wenn ich in die Unzucht gefallen bin und ich weiß nicht, wer vielleicht von sich schon behaupten kann, der hier sitzt, dass er schon noch nie darin gefallen ist. Es gibt Vergebung, es gibt Reinigung. Jesus stellt wieder her, er reinigt uns neu, er stellt uns so wieder her, dass wir so rein und jungfräulich sind wie vorher. Er sagt der Ehebrecherin, ich verurteile dich nicht, aber er sagt ihr auch, geh hin und sündige nicht wieder. Streck dich aus nach der Kraft des Heiligen Geistes, lass dich reinigen durch das Blut Christi von dieser Sünde der Unzucht und lass dich stärken durch den Heiligen Geist in dieser Reinheit zu gehen. Er will dich dazu befähigen und dich stärken und wir wollen auch einander stärken. Lass uns das offen miteinander besprechen. Lass uns miteinander begleiten in der Seelsorge. Wir sind ja alle in einem Boot. Amen.